Esther, Kapitel 1 Der Könige Hasfus hat ein Rik von 127 Provinzen, die von Indien bei dem Nil-Rifa verstreit werden. Er regiert von seinem Palast in Susa, der Hauptstadt. Als er das dritte Jahr in seinem Amt war, muss er ein Grotet fast, wo er alle die hochangesehene Menschen in alle Regierungsbeamte eingeladen werden. Alle Affizieren von der Armee vermedien in Persien und alle Prinzen und Regierungsbeamte von der Provinzen Cheimendortau. Für hundertentagentig Tage weiss er an, wo er regt er wir und wo prachtvoll und großartig seine Macht wir. Toen das Grotet fast aufschluten, lautet er alle Anwohner in Susa an, die regt er auch die Ome. Dit wird ein siebendagscheit Gastmol in dem Garden an seinen Palast. Im Garden houden sie witte Gardinen von Lienzeig in Bläwe Hängsels mit witte in Bläwe Rode Benja in selvene Ring und hoge Marmorsteinpast abgehangen. Doe werden uitgepolsterte Zetten von Gold in von selve gemocht an dem Garden. Die Flur wird uitgelegt mit verschiedenen Ploten von kostbare Steine. Wien von am König sind Wienkala, worten goldene Wienkuffels geboden, keine zwei Koffels wären ever ein. Doe sagen sei wo jenst dich, die König wir. Ein jeder krieg kreik so viel oder wenig aus am Jankert. So ho die König dort bestallt. Die Königen, waschti, jäf ein Gostmol für die Frühes, en haast für os sin Polost. Und im siebenden Dach, aus die König ganz schaftig von all dem Wien wir, raubte sie ne Säwen geschnedene deiner Mehuman, Bizeta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar in Karkas. Hei seht an, se sollen die Königen, waschti, mit der die Königinskron verbringen, am dort die Menschen an die Prinzen seinen konnen, wo Schmock sei leid. Arleitet seier Schmock. Aus die deiner die Königen säden, wort die König haben wohl, leid die Königin sich nicht bereden. Aus die König dort hier, oer Hesig, en hei ward Flamental. Hei raubt sine Routgever, die sich gut wissten, mit wo dort am Land rand, Mana ab der Hesig verleiht, wann eine Entscheidung ewer dort Landesgesatz abchaim. Desse Routgever wieren Karsena, Shetar, Admata, Tarsis, Meris, Marzena, en Memuchan. Desse sieven Prinzen keimen vorkenver dem König, en wieren die hegste angestalte Mana in Persien in Medien. Wot sah ich dort gesatz? Vroeg hy an. Wot soll ek met die Königen was die daunen, nu dat ze dem König säen woord, wat sie na deine arge bracht houden, nicht gehorcht haft. En Memuchan seht u dem König in die Routgever. Die Königen haft arrech gedoenen, en nicht bloß jähen die Persienlich. Zä haft arrech gedoenen, jähen alle hoog angezijne menschen, en wirklich jähen alle menschen in die ganze Dreck. Wot sah je daunen haft, wot alle Fruis anleiden, dat ze ab ihre Mana raufkicken. Die bröcken bloß sagen, die König früch, nur die Königen wascht die, en die doi dat nich. Dan woren die Fruis von dem König seine Angestalte, en Medien in Persien, die dat gehirt haben, ihre Mana dort noch vondorg vertalen, en alle Wehen woren Mana sich met ihre Fruis doll sennen. Wann du dat als Goud ansitzt, dan jäf ein Königlich et Wurt, dat wascht die Niemelsware, doa fär dem Königer hast für das Kommen. Lod dat en die Perser en meide erige Satsen geschreven woren, wohne nie nicht de anderen sind. En dan stahlst eine andere betere Frui an aus Königen. Wann desse Ordnung en dien graute Dreck bekannt gegevt wordt worden, dan wordt giede Frui ihren Maan den Rechten Respekt geäven, ein daunt auf hei reich oder oam is. Dem König in seine Rotegewer gefallt hat, wat Memochan gesacht hat, en hei dat so. Hei schaakt breuven o jäder Provinz in sin Land, emmer in ihre eene Sprache in Schrift, so as die doi gebrockt wordt. Dei Breuf seht, dat in jäder Familie soll die Maan haar im Huis sennen. Dit wordt für jäder Falk en ihre Sprache gans klar gesacht. Esther, Kapitel 2 Am eine gewesse Tiet, aus dem König sin euer sich allgestellt hot, kon hei die ganze Sache doch nicht verjeten, bedes, wat wasch die gedonen hot, en wat hei van haar verlangt hot. Dan schlogen sie na deiner Fea, dat hei soll schmocke Miales sicken loten. Hei soll Regierungsbeamte van alle Provinzen onstalen, dat ze de Miales nussuza brengen wuden. Doe, wo dem König sinne fruers wieren, wo in die Unie gebrocht worden, en unie Hegai, einer von dem König sinne geschnedene deiner, sinne Absicht komen. Hegai wo deit angeven, wat ze brockten, am sig für den König schmocke te maken. Dan kon de König sig eine von dei nemen, die am dort bastige Fall, en die onstalen aus Königin, en wasch die Ere steht. Dem König gefall den Rot, en hei leidt hem uitverein. Doe woont te desse Tiet ein Jüd en die Hauptstadt Susa, die wir vom Stamm Benjamin en hei heiht Mordechai. Sien voder en sine vervoderschweren Jair, Shimi en Kish. Mordechai wie eind van die, wone de Babylonische König Nebuchadnezzar, hat an Jerusalem loten fastnehmen en an de Gefangenschaft nemen, aus Jehonja, dei König en Juda, ook fastgenomen wordt. Des Mordechai hot een nicht, die hei hangenomen hot, no dem, dat ere äldren beid gestorven wieren. Dese nicht hot Esther, ober ee hebräischer Nomen wie Hadassah. Zee hot een feinert gescheck en leid schmoc. Aus dem König sine Verschriften wit en breit bekaunt gemoogt wieren, warden zei afilmejales no de Hauptstadt Susa gebraucht. Esther wie eine van die, wot num König sine Paulus gebraucht worden, en unja Hegai sine Absicht keimen. Hegai hot de Absicht ewa dem König sine frues. Am gefall Esther futts, en he keim ar entgeen doomet, dat de futts anfong ar de behondlung en dat eten te geven, wat ar wot halpen tum seier schmoc loten. Zee krieg dan ook nog 7 meiales van dem König sine deiner tum arbe deinen. Esther in disse seven warden nog de baaste steed gejeft, mangt dem König sine frues. Esther leidt do keinem weiten, van wun volk se herstaunt, wils Mordechai dat zo bestaalt hot. Mordechai ging gieda dag bi dat gebied verbi, wo de frues eire stuven weiren, am te seinen, wo Esther dat ging, en wat nog met ar ward. Eie de meiales van de regekeimen, dat ze durven numkennig koumen, mussten sech vat twalf monat besondasch bedankt woren, so dat ze wuden seier schmoc loten. De eerste saß monat warden sey met meiren eilg ingereven, en de laatste saß, met balsam eilg, en verscheedene andere eilg, wat frues brocken tum schmoc loten. Wann eine meial numkennig koumen kon, kon se self seien, wat ze sich antragen wud, en wau se sig reitmocen wul. Verdem kennig koumen meint, dat ze je in ofentwarden en palausten en gebrocht en zem aries tregekeimen. Wann ze tregekeimen, warden sey nu een andret port van de gebieda, wo de frues bleifen, gebrocht. Hier keimen se unja schaars gas, ook een geschnedene sine absicht. Eine meial wud nicht tum tweuden mal an de rege koumen, numkennig te gounen, büte wanne am de besonderstje fall, en hei bim noumen nu ar vroegendeid. Met etiet keim Ester, de abihayil sine dochter via, ook onder rei, dat ze farem kennig keim. Ze ho des tjent er elren verloaren, en Mordechai ho dar han genomen en os seine dochter gefliegt. Ester erfoda, abihayil via Mordechai sin onkel. Ester frug nu nisht besondret, to den ovend os se farem kennig dorf, en mux sig bloß kreik so reid, os hei gei fei geschlagen haut. Ein giedra dacht, ar leitet se er schmuck. Os se num kennig gebrocht wort, wie dat det tiende monat, de monat tebit, en dat zevende joha dat a has feros kennig via. keim dot, dat ze kennigen wart en was die ere steht. Os ik dat alle so ram neim, stel die kennig ein grotet fast maul an, wo to he al die hoog angeseine menschen en hoog angestelde anlodend did. Dit wie ein fast maul am ester te ehren. Die dag wort an alle provincen os ein helgedag gevierd en de kennig eif dem dag verscheidene geschenke uit, so as man kennig would. Os do tem twaiden mal jungfrüh st hoog gebrocht warden, wie a mordechai ein regierungs beaumter. Esther hot ook de ganse tiet nicht angegift, van woon volk se wie wien smordechai arseed, dat ze dat emma sol stel holen. Se horch noch emma kreik so na mordechai os se hot os se ap was. Jero dan de tiet os mordechai sin om tilt, warden twa beaumte mana big taan en terisch, die os wacht adeinden daal even den kennig. Ze ploonden wo ze am an zine woning an brengen woorden. Os mordechai dit an ward, leidt hij de kennigen Esther do van waiten. Esther dorab warden de beaumte ap dem gollien gehongen. Dese gonse geshicht ward fahrem kennig en de beka van sin rengen gevierd. Esther Kapitel 3 Eine gewaße tiet lota stahl de kennig haas firus einen nien bewaschten regierungsmaun an. Det vi haman hamed da sin seen van den u kommen van agag. Det omb geif ein iren plotz os kenn andre am land haud. De andre beaumte mussten num kennig sin fahre schrift fer ham an chnoyen in bekaen. Det däiden se den ola büta mordechai nich. Dei die met am taub schaufften frugen am wo am gehorchst di dem kennig nich. Se reden vermire dog met am do weyen oba se konnen am nicht do to bereden. Ech si en jüd en kon mi nich fer ham an knoyen sed mordechai. Dese nur echt wort dan o ham gebrocht am te seinen wo te do met donen wud. Ham wort se avut dich os he dat mordechai am nich met knoyen eren died. Wils ham an dä stro vold rata mokken os bloß ab einen maun en wils he nu wist dat mordechai ein jüd wier ploen he alle jüden an dem knoeg hans veros sin rick ab einmal om te brengen. An die eerste monat den monat nisan en dat twaalfde jor dat der hans veros knoeg wier warden unge hamann sine absicht kratz oder puriem gesmetten am de baste tid fast stehlen den ploen uite viren dat last bestemt dat se dat en twaalfde monat donen wudden os sin ploen gans vordech wier jeng hamann numkernig a has veros in seet du hast ein gewesed volk dat eva alle provinzen an din rick verspreid es die holen sich an gewesed dieren die an apport sahten van de ganze bevölkerung en holen nicht die gesatzen in ons land da so stü nich an din rick dulden wan du do mit an versto nen best dan lot ein gesatzt der geführt woran dot falch auf te shofen eck wo 374 ton selva auf jeng en an de kurs vorm rick laien om desse arbeit te donen de ken ich na sin ring da ein teken von sin do wat die goet schient seh de kenig to hamann dot gelt an den man kost do to haben om dret tienden dag en die erste monat roept hamann dem kenig sin schriever taub en juf an den nie ordnung die war dan für jeder valk am rick an irres sprach geschreven en an dem kenig sin regierungs man an de volks leida ewe schrieven en met sin en ring gestampelt de ordnung wart na alle provincen am rick van dreja uitgedroogd en de norrechts zeed alle juden jonge en oule fruus in kenia zullen an den dret tienden dag en de twaalfde monat de monat adar dood gemoogd en uitgeroot worden er habengout doof zich irgendwer nemen disse ordnung soll dag reit senen ob dem kenig sin befehl spauden de dreja sig den orrechts ute drogen en en sus avart tot futz bekond gejevt en de stad reiden de menschen sig seie ab oba de kenig en hamans aden sig dol en leiten sig votem drinken absaten esther kapitel feia os mordechai antwort vot du je warden wie fereut he sinen rock trock sig en sag ewa streit sig aus ab sin kop en ging so as tot en stot raam he hielt bettere thronen en schrieg lyd he jeng gons bat am angang vom kenigs hof oba he jeng do nich nen wils tot verboden wie du an ein trüe kleid nen te gonen in en a provinz en jeft tot feelt trüeren mangte juden aus de ordnung bekont gejevt wart se fongen ante fausten se hielden in schriegen en vele lagen en sag kleider in os ester erde deiner in absächte vertalden ar bot mordechai deit en arbora dot se ja se schägt am so goit kleider dot he abhiren sol de sag kleider te drogen mordechai leit sich ober nicht bereden dan schägt ester hartach einen van de geschnedene deiner de so as de kenig dot bestaalt hot ester erdeiner wie sei woll haben he soll van mordechai utfingen wat he verhaut en worum da jeng dan bat büte dem kenigs hof wo he mordechai traf mordechai vertal am wat do je warden wie so goa wov viel jeld hamann versproken haut en regierungskost te jewen om de jüden om te brengen hoi schägt er ook eine kopie van de ordnung an auf te schaafen so as die an susa bekant geeft we he seht hat ach dot ester alles klo moaken soll en er anbeding zahen soll dot sie dem kenig am genot prach ren soll om ihr volk te verschaunen hat ach ging en seht ester alles wat mordechai am gesaacht hot ester schägt hat ach noch mal trigg no mordechai en seht dot weiten je nicht bloos all de regierungs beaumte ob auch alle menschen an de provinzen dot einen nicht rot so num kenig jeht dot es je dot gesaatz dot dot wann wie a fern kenig sin traun gehet ohnen dot de kenig dem geraubt haft dan wort de jan ja dot gemocht büte de kenig strakt sin en golden stock no dem abtou en so dem sin leven spurt en weitst de kenig haft al verdard ich dog nich no mie gefrucht hat ach jenken vertald mordechai wat ester gesaacht hot en os mordechai dot hied schaik die disse nor treg gläuf nich dot die do am palast met din leven wurs do vankomen wan alle andre juden stoven matten wan du nu nus stonen wurs woran de juden ap einen andren waag gerat woran oba du in din vod da sin familie woran am komen denk dor an du best velecht kreik wie in so na logen palast gekomen dan giesellen nost eten en nost drinken nicht ewa dag en och nicht de nacht ek en mina duina woran och kraak zaufausten wan wie dit gedonen haben dan wo ek nen gonen om tjennig wan dat ook streng verboden es wan ek do stof dan loot dat zennen mord dach gink en duid wat Esther van am verlangd Esther kapitel 5 om dredden dach trok Esther zich ere kleider aus kenny jen an en gink en stund ferde der van de stof wo de tron via de kenny sot gerod ab sin tron jen eva van de de os her esther de kenny jen sag wie he go to ar en est streikt sin en golden stock no arab tau dan jeng esther no am en schier de spets esther sed wan die dot paust dan will eck die in hamann an loden to ein gost moll dat eck van dog for die reit moll dorab schick de kenny jen nor eck no hamann en sed am heysel futz to dat gost moll komen wat esther reit moll taud de kenny en hamann jenge nu esther eck gos moll os se dan bim vien sauten sed kenny nu wat west du frågan ek geef di dot en wan du ook no de halft vam rick frais sast du dot haben en esther sed ek wench mi ek frog dot want du so go to mi best o kenny en mi west jeven no wat ek frog dan bed ek dot du en hamann margen war to ein gost moll hoes jink wie he schaft ich en goud angelacht ob os he dächt dot grote pot jink sag he mord he do en de stund nich ab en weiss am x sast chinen res spakt dan wat he zah dal ob he naim sig kwa to pen jink ne hús do krog he sine frend top en sine fru sere sch wie do ook he pocht an fer wo rick he wier wo veel sen sei hod en wo de kenne ham hod he angestalt os irgendeinen andren en dot gonse rick dan seet hamann en eck wie die einzige wat met dem kenne taub nun de kenne gen esther er gos mol angeloden wie en morgen sie ec wader met dem kenne to angel to er gos mol to koumen doch all dit geft me nicht fred solange es eck mordechai den jude ver m kenne sin palast zetten sei sine frue en sine frind seden lot einen golgen gebüht wooren die twintig meter hoog es en samarja sagst dem kenne dot he sal mordechai do hängen dan worst so oves mit fred kenne tot got mol gonen des rot gefall kapitel saß die nacht kon der kenne nicht schloppen en he seht dat sie die beker von der dreck holen sollen en am dor van verlesen en os se do lausen lausen se an der geschicht wo mordechai einmal dort hat opgedaakt dort biegt dann in terisch zwei wachte an dem kenne sin wohning dem kenne had an bringen en der kenne frug wort von an kenne oder belonung habe wie mordechai für dort gejebt dem kenne sin deiner seden du hast noch nie nicht wort ver am gedonen worden in der kenne ich frug wer ist du ab am hof nu traf sich dort dort hamann ruht ab am hof gekommen wie an dem kenne an to reden von sin plan Mordechai ab den golgen verlang de kenne os hamann nent kenne num kenne se de kenne ich wot soll eck mit so n mensch taunen dem de kenne ich irren will hamann docht wem wo de kenne ich mei irren well en os mi en he sed fer dem man dem de kenne irren mocht sollen chleider gebrocht der ans kenne dreicht in ein piet wo die kenne ich med red in ap kopp von dott piet soll ein besonder schmocker tom sennen so es bloß ans kenne ich sin piet tragt dann lot eind von dem kenne sin hext angestallte mana dem man wem de kenne ich irren well bem antragen bedoinen in dan am ap piet der ich die gossen von a stot leiden in fahr dem man lot am leid ropen det es wort gedonen wort met einem dem de kenne irren well en de kenne ich seht to hamann dan go du nu voorts en hol so ne kleider en so piet os du gezagd hast en al dat wat du vergeslagen hast en do dat vermoorde gai dem jod einen van de beámte am rik lot nus van dat uit wat du vergeslagen hast hamann jeng de kleider en do piet holen en he bedoen mordechai biem antraken dan leid he do piet de leid de gocen an de stot en raubt emma dit es wort ik kenne ich versone det wem he irren well mordechai jeng dan war a tregno sin om for dem kenne hamann ober bedaigt sin gesegt spaut signe hüste kommen in gremsig seie hamann vertal serisch sin frü in all sin frind wort alles gewahrden wir in dis roth jewa in sin frü seden want is mordechai met wem die dott so schief gegonen es ein jüd es dan wurscht die nicht die ewe hand ewe am kreien du wurscht die dann bestemt in grunt dranen aus ester kapitel 7 de kenneg in hamann gingen nu dat mol wat de kenneg en ester verandre gemoogt haud an dessen tweede dag als ze bat in wien drinken wiren vroeg de kenneg wada wat wast du vrogen ester du wurscht dat kreien wat licht die om hout du zoss dat habben en wanoch bat op dat halve kenneg rik en ester seet wanda kenneg me so gout teujedonen es en wanda kenneg do mat an verstaunen es dan froge ek of ek leven doof en of min valk leven doof dat es wat ek van die habben wail ons habben se verkauft tum schlachten wanda wie verkauft wiren aus gloven dan wira nicht wirt gewaxt num ken to kommen ob nu salvi omgebrocht en utgerod woaren dan seet de kenig as vedus to de kenig en ester wer woacht sig saunt en wo est ei en ester seet ans jene entfient es des beise haman haman eng sig gräselig fer dem kenig en de kenig en de kenig fuert woot vorm des en gink am gorden by dem pol host haman kon dot seinen dot de kenig sig al ab gemoog taut woot met sin leven warren soll do we in knide sig nu fer de kenig en ester en prachat for sin leven aus de kenig trigg nen keim nur den plotz wo sie wien drunken sache dot hamann sig ab ester er bänk geschmitten haut de kenig seet woot des a hier in min hüs in fermi met de kenigen schaund rieven so schwind os die kenig dot gesacht tod bedagten de 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 hamann sin gesacht harbona einer von de de seet du steed en gollien raid ab hamann sin hof de est twintig meter hoch en de hot he loten vermordechai bueen de maun de do en stund dem kenig de alpen en de kenig seet hangt hamann do boven en so ward hamann om gollien gehongen den hof van mordechai hot bueen loten dan jengt dem kenig sin oe eva ester kapitel 8 den dag noch geeft de kenig haas für os tot gonse familien wat hamann de juden feind gehot hot no de kenigen ester ester vertal dem kenig wo sie met mordechai freindshaft via en do duch kem he fern kenig en de kenig geeft mordechai den renk den he van hamann trengen noemen haut ester stald mordechai ook eva dat familien van hamann ester jengt dan noch ein moel na no dem kenig knoet sig ver am en hielden prach hat dat he soll en eng mooken van den ploan den haman en wanne ik in dine gode gansten sto en du dat verraagd ansitzt dan loet doch ein schrieven maken dit woord die ordnung wegnemen wanne hamann hamed dat a zin zén die agagita opgesteld haft woord duch alle juden en al dine provinci zellen am gebrach woren ouder wo zal ik to chikken wanne mien valk am gebrach woord wo soll ik dat utholen wanne min ene frindschaft utgerod wort de kenne has ferocet de kenne en esther in tem orde chai dem jud nu seud doch ek hab esther dem hamann sin habengot gejevt in hamann selvst hab ik loten op einen galgen hängen wie ze jen de juden ut fuhr ob ein gesatz dat am kenne ich sin nomen geschreven en mit min ring gestampelt es kon ich triggernomen woren wort ek tonen wor es jund loten eine nie ordnung schreven so es jund für die juden reicht es schreven tot en min nomen en stampelt tot mit min ring om 23 dag in der monat der monat sie van raubt mordechai dem kenne sin schriever taub en leid eine ordnung abschrieven die soll nur die juden nur dem kenne sin regierungs mana in die verwollte in die angestellte an die 127 provinzen von indien bat dem nil rief geschickt worren die ordnung wort an die schräft insprach von jeder volk geschreven auch an die schräft insprach von den juden die wir im kenne sin nomen geschrieben und mit dem kenne sin ring gestampelt dann worden die utgeschickt mit mannen ab besonder bos gepied vom kenne sin staling die ordnung seht dat die juden durven in alle steden am rekt op kommen um sich te wehren zonen wat jenen an opstunden einduunt von wohnen provinz oder wohn volk durven sie mit frühesten king an bringen in utroden in die erhaben goud bestellen diese ordnung sollen dretchen den dag an de twaalfde monat de monat adar en alle provinzen an kenne chas ferozien rekt geldig sehnen dit soll an jeder provinz eingesatzt worden en mank alle feldje bekannt gejevt worden so dat die juden den dag konnen reit sehnen sich an ihre fiend raachen op dem kenne sin woord wort wort bosich van ritte op dem leid in ein mantel van lin zeichen bleive wal op am kopp hot he en de gros lot ge goldene kroon de lied in susa freden sich in schree en am man de juden en stot feld den sich leichten losgeloten se feld en sig goud eva die ir die an bewesen ward ook en alle provincen in an jeder stot freden de juden sig de andre feld schloten sig dat judentum an wil sie sig vre de juden engsten aster kapitel 9 am dretjenden dag in de twalfte monat aus disse ordnung vam kenneg an kroft keim houden die jene van die juden gedacht dat sie wurden macht eva die juden habben ob dat keim groe den anderen wach uit en de juden hodden de wehren versammelden sei sig am trick des schlonen wann an wer wurt angripen keine kreende macht eva die juden en alle felter fechten sig fahr die juden de prinzen de regerungs man de verwalte en angestalte vom kenig halb an der juden wil sie sig fahr mordechai angsten en die verschiedene provinzen warden sig out an dat mordechai am polost hoog angeseinen weer sine macht ward emma grater de juden brockten dat schweet je in ere fiend en brockten die ola am so die den kreikt wat an biefall met die wat jen an wehren en die haupt stot susa schlogen sie viefhundert man doot die tiens sehns van hamann hamidata sin sehn die in juden fiend wer schlogen se ook doot doot wehren parashandata dalvon aspata porata adalia aridata parmasta arisai aridai en vajezata ober sei bestowlen in blind den kainem os de kernig den dach hiet wofel doodest du an susa wiren seht hei ter de kernigen hier in susa habende jüden viefhundert man in alle tieren von hamann sin sehns amgebracht wat meis taben se dan an de provinci gedonen wanne du nach wat es wat du wenst wat gedonen soll waren dan froge me en dat soll so waren en est seht wanne du o kernig du met an verstonen best dan lot de juden en susa margen ook noch wieder die selve frie het haben die se vando houden en lot hamann sin tiens ab galgen hangen de kernig af sin wo to dan warden ab sin ordnung hamann sin tiens ab galgen gehongen de juden en susa stonden sig taub so dat du am vierten den dag van dem monat in susa noch 300 menschen do gemocht warden ob a vader ward nus bestolen oder geblendert en de provincien versammelden sich ook de juden om sig in de fin te wehren en van de los te komen do wéren 75 dues dodes ob an non ward gestolen oder geblendert en de provincien passiert het om dretthienden dag in de twalfte monat en om vier tienden reifden sei en se vierten den dag aus ein hellje dag en freiden sig war alles uit gefallen wir en susa oberan de schlacht om dretthienden en vierthienden und do ward de feft tienden aus ein hellje dag met den gos mulje viert dit es woran de juden en dap en ap am land den vierthienden dag en de twalfte monat mit freid aus ein hellje dag vieren en seg ungeran an geschenk er jeven mod chai leid all dit do schreven he breuven ude juden an jida provinz an chernig haas für das sin rick auf dicht bie oder wiet auf dat sie immer jida johr sollen den vierthienden und feftienden dag en de twalfte monat ein hellje dag vieren tom andenken dat sie sich hoden jä in ihre fiend verteidgen konnt en dat sie fried gekriegen hauden dat wird de monat wo erjamren to fried en er truren to ein fried en fast wort an disse beid doog sollen sie hellje doog holen en sich ein ander mit eten beschenken en ook die ome geschenke geven die juden werden do mit an verstaunen wieder te donen wat mordechai angeschreven haut en mokken dat to ein fast wat sie jä johr vierden haman de jüden feind hot geplante jüden am te brengen en hat klats geschmetten am den dag te bestemmen wanneer sie dood doonen woden tod die tieten anden sei die klats purin ober aus de kenig an ward wat verinen beisen plan haman gemocht haut leid he in ordnung grud geven dat de ganze plan träg ab haman sin kap top kloppen sol en dot hai in zine zullen gehangen woren doodich wat die helgedag purin genannt dot woord für dich laats we in dat wat tot an den breif seht en we in dat wat ze je seinen in der gemocht houden verflichten alle juden zich en nemen dat op sig dat sie jde joh an dem bestemden dag desse dood zou vieren worden als maurde guy dot vergeschreven hout des afliet wie ook ap er no komen en ab dood wat zich an ansluiten woorden desse dood wo jde familie en jde staaten provinz der ich alle generationen am denk holen en bibel holen die purim dood solle nie nicht to sit fallen man die juden er nie nicht ab hier man er no komen die kenny gen esther ab einen breif ewe dat purim fast dat et solle geholen wooren er breif wie alle juden geschreven en gink no alle 127 provinzen en has vir sin rick so i wenschten an fred in einem sächren to stand en bestelden dat so en ere nu komen dat purim fast emma ter rach det haulen sollen kreik so as se die delen tom faust en truren aangenomen houden bied mordigheid de jude en die kennigen esther verlangden dit van an esther erbreif dat die purim verschriften goud heiten erbreif wat an ein besonderes buk nenge viert esther kapitel 10 die kennige has vir us verlangden all sine provincen dat die lied wat om rick auf geven mussten die machten kraft en die verantwoordung die kreeg sind doch alle abgeschreven in die beker von de geschichten van de meide en persa kenigs mordechai de jude had de hegste anstallong em rick bloos de kenig wie hege os hai wier oxeia hoog angeseinen mang de juden wil se se quill nie om dat valk moog dat ze goud wider komen konnen